Hallo zusammen, Hütte am Start mit Puff2Chloe. Lange, 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 hey, das ist her. Und diese Scheiß, Ash, geht mir auf den Sack. Tja, so fängt's schon wieder an, ey. Popcorn fresse, sieben, ich hasse dich. Report him. Ja, natürlich würde ich mir da gerne nur ganz schön sagen. Hallo. Hat mich schon gehört. Ja. Ohne, dass ich den Namen gesagt hab. Oh. Oh, was ist der Arte? Maybe Skype? Oh, mein Gott, wer darf mir noch Hilfe? Schimspick free. Oh, möchte ich jemanden? Ach so, ich spiel übrigens die neue Enhida, den neuen Skin, wer den noch nicht mitbekommen hat. So, er war dann überarbeitet und Season 3 hat gestern begonnen. Im Prinzip eigentlich heute. Das ist die erste Woche mit den neuen Schämmchens. Aber ich sehte sowieso erst morgen den Part. Im Prinzip gestern, ja, ein bisschen mainfuck, brainfuck. Ja, man hört, dass ich das wieder gut gelaunt bin. Und dann aus ein paar Gründen, warum es lange kein LoL mehr gab. Ähm, aus dem Grund, weil LoL die ganze Zeit bei mir rumgespackt hat. Und das ist wirklich so, weil, ich weiß auch nicht, LoL hat sich die letzte Zeit so rumgespackt. Ich hatte so immer so Grafikfehler. Hier, greift den, oder greift den Dings an, greift den so an. Ja, dazu kam noch die ganze Warteschlange und sowas. Ja, ist so schlimm, ey. Die haben hier was Neues reingebracht, so mit Division. Im Prinzip freue ich mich, erst mal wieder Level 30 zu sein. Im Prinzip, ich zocke ja eigentlich schon mit meinem Main-Account schon da drauf. Ey, richtig geil. Leute, könnt ihr euch doch was gefasst machen? Es ist ja so vollzügig, würde ich jetzt sagen. Ja. Na komm, bitte stepp doch mal. Ist das so? Ja, den sich nicht so viel abwählen, merkt gerade. Ich freue mich, den Stun sich gerade. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp jetzt. Ja, und das hat er sogar noch weggenommen, in dem Moment, wo ich mit dem Kugel wochen habe. Das ist ja schon knapp. Ey, Leute, erstens würde ich euch nur sagen, äh, Dead Space 3 wird von meiner Seite nicht ausgeben, weil ich mir gebe, weil ich noch keine bessere Leitung habe und mir dann überlegt habe, es schaffe ich so oder nicht mit dem Ablob, weil ich hier noch, der auch scheiße, jetzt hätte ich das dann machen sollen. Oh, fuck. Ähm, ja, ich habe das alles verpasst und so. Schaffe ich nicht. Und, Preki ist also die meiste Zeit nicht da oder nicht auf dem TS oder so ein Scheiß. Und, ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht dazu weitere sagen. Was ich noch fragen wollte eigentlich ist, ähm, ähm, seid ihr so Facebook-Menschen? Machst du eine Frage? Generell nicht nur, ne? Ähm, weil ich habe mir mal überlegt, weil ihr seid ja nicht so in Steven so aktiv, mehr oder weniger. Ich will jetzt nicht meckern oder so, aber... Hey, ja, schon ein bisschen gedacht, dass mir dieses Ding könnte, wird ja ein bisschen besser. Ah, mein Gott. Ähm, da ist mir eine Idee eingefallen, äh, wenn ihr Facebook eben liebt könnt oder mehrmals am Tag da seid, können wir ja eine Facebook, ähm, ChaoticFly-Fanpage auch machen oder da, wo wir darüber kommunizieren können. Auch so normal, was so abgeht, neue Projekte oder so oder so als Weisheiten oder mehr oder weniger gesagt als Weisheiten, ne? Mehr oder weniger würde dann noch eine Dings geben, als Dummheit, ne? Ähm, sowas eben halt. Und, ja, wenn ihr da noch Bock habt oder so sagt mir Bescheid, irgendwann mal wird das so passieren, dass ich eine ChaoticFly-Homepage mache. Im Prinzip ist es egal wann. So nicht die Frage, ob ihr euch da dran beteiligt, weil dann könnt ihr zum Beispiel so eine lustige Spielrezeption weiterführen. Ich denke mal, der wird uns lieben gerne weitermachen. Ich habe halt auch richtig Spaß dran. Ja, aber wir müssen auch nicht dabei sein, dies, schrei mal für diesen Mösen, also, ja. Und, nice, warm. Alles rausgehauen, alles. Ja, ich stimme, jetzt habe ich alles rausgehauen. Stun. Ich habe mal ein bisschen zittert. Ich habe nur alles. Komm her. Warte. Meinst du, ich krieg's noch? Egal, egal. Nee, ich krieg's nicht mehr. Aber trotzdem, ich muss nicht mal sagen, wir gehen weg, oder? Ähm, ja. Oder? Ja. Kommst du erst hin? Bist ihr beliebt? Äh, ich denke mal, ich habe genug Geld. Ich habe auf jeden Fall, denke ich mal, zwei Vorhands, was mal. Oder? Ja. Oh, denke ich mal. Ich werde mal so ein bisschen auf Support spielen, so minimal. Ja, soweit es geht. Ja, ich würde, sind, ja, ich gehe dann sowieso tanky, ich meine, Runbowlberg und so, ist eigentlich schon fast Standard. Craves, Nunu-Kombination, ich denke mal, eben gefrorenes Herz. Auf jeden Fall. Oder die, nee, wobei die Vorhands lohnt sich eigentlich gar nicht mal so sehr mit ihm. Ich glaube, ich zu hoher Cooldown. Ja, ich denke mal, irgendwann mal schon, da hier, man hat ja auch natürlich NXP, ist ja klar. Dann denke ich, das ist auch noch. Ah. Na ja, für die Forst habe ich zwei Cooldown, das lohnt sich nicht, da gehe ich auf, äh, in Hals und Hart. Wenn wir dann an den Craves dran kommen, nehmen wir uns den Craves dran. Jetzt habe ich meinen Stun hochgelöst, warte ich, äh, was hat der denn? Warte, ich bin total auf AP oder was? Ah, gleich so back. Scheint, ja. Ja, das sieht ja schon mal gut aus, mal, das Spiel. Ah ja, zumindest hier schon mal draußen. Hier ist raus, ja. Und der Craves hat sicherlich keinen Heal, oder? Der Craves hat Entzünden und Geist. Ja, okay, das ist ja schon mal noch geiler. Noch geiler. Ähm. Kasse, ich habe nicht reagiert. Ist egal, ich wusste ja auch nicht, ob ich einen Treffer. Der war so eigentlich schon fast außerhalb meines, äh, Skillshots-Bereich. Das hilft ihm auch, weiter in der Herze zu laufen, ne? Äh, ja. Ach, jetzt noch den eh hinterher, schön mal noch rauszuhauen. Natürlich. Wie ist das? Wie ist das? Ruhe, cool. Hat er den schönsten Kopf? Hallo? Klop, klop. Junge, ich mach dir schon mehr Schaden, ich bin AP-Carrie. Schon ein bisschen klar, mein Freund, oder? Jetzt kommt er mit dem Dauer. Ja, ist das so. Du wärst mich, äh, kuscheln. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W weg nein ich kann ich in den steuern wie du mit erd erd getrückt halten und manches maus das so diesmal oder was ja es wurde erleichtert dass du das geld rückst ist auch beim ohne kenne so das ist ja nicht deswegen die ganze zeit alt getrückt was die leute haben sich beschwert das ist irgendwie so schwer sehen soll und um deswegen mit es geht es ist ebenso ja weißt du es mir da mit der europäer aus der tippe aus hallo graves musst du doch irgendwie doch mal ein item holen oder sowas Ich bin überlegen, dieses... Hey, du musst dir nicht holen, das ist schwachsinnig. Ich überlege gerade eben nur, ob ich mir eins hole, weißt du? Ja. Das ist eben so eine Sache, weil... Oder ob ich gleich auf Katalysator gehe, weißt du? Wäre auch eben eine Idee. Wäre vielleicht besser, weil da kriegst du auch ein bisschen mehr Leben. Wäre vielleicht... Wie kostet denn der? Katalysator 1200 wäre ich nicht irre. Moment, ich guck mal kurz nach. Ohhhh. 1200. Okay. Na, das ist lieber Otto. Kack, zu spät. Ja, 1200, erwarte ich jetzt noch ein bisschen. Wir sollten mal irgendwie versuchen zu pushen, dann wäre ich mal gerne weg. Ja, ich hab dann gleich Tipos. Tipos kann ich einsetzen. Feind theoretisch. Als Push, als Push. Granate, mehr oder weniger. Na, wenn sie jetzt noch mal rankommen, so. Feind theoretisch. Einige Leute können ich mir vorstellen, dass sie gleich rankommen. Vielleicht sind das schon ein bisschen spügel. Ich hab jetzt Tipos nicht mehr. Fuck, Alter. Ja, egal. Nur Mana. Ja, das ist ein bisschen problematisch, dass sie ebenso von hinten auch so viel Schaden machen. Ich wollte das auch nicht den Tower opfern, eigentlich. Ja, Silbenschalk ist doof eben halt. Was müssen wir noch aus uns machen? Egal, egal, egal. Wird noch, wird noch. Ja, stopp. Ja. Schön, dass Jacks jetzt unten ist, aber mein Gott, was für... Na, unsere Top-Buscht ja da ausgereicht gut eigentlich. So, vielleicht kommen wir jetzt Acken, da sind wir auch wieder nicht. Wenn ich schon die Ache sehe, ey. Eifer! Ich wollt's grad sagen. Da hat jemand den Lieblings zu Anfang zu gemacht. So, wie tattet. Ja, komm, glauben wir doch noch alles Ding. Ja. Da müssen wir jetzt alle auf der Bot-Land? Was nicht. Das entscheidend zu sagen, eine Weile haben. Und ich denke nur, ja, wir müssen mal hier den Noob-Deutschen helfen. Ja, komm, glauben wir doch noch ein Ding, Mann, ey. Fick dich. Boah. Ne, sowas kotzt mich an, Leute. Sowas kotzt mich an. Boah, ne, noch der da. Boah. Ja. Ja, der geht da wieder um. Können ja ruhig Bot gehen oder sowas. Ah, nicht Bot. Wie war's schon? Äh, hier ist hier. Ja, lieber auf hier. Ah, geil. Ah, ich hab mir was. Komm! Alter! Ui! Ah. Wie tattet. Ja, komm, wie tattet. Boah. Boah. Nja. 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 Krieg ich mal einen Acer. Fuck you, Alter. Was willst du denn? Junge. Ja. Haben wir eigentlich was dafür? Ne. Ja, ansonsten sieht's ja eigentlich ganz gut aus für uns. Relativ, ja. Ja. Krieg mal allgemein. Die Kenne sind ja sowieso besser. Ja, um vielmehr zu zähl als die. Rein, du Winschießer. Okay! Ja, lass lieber. Okay. Ja. Okay. Alter. Ich hatte noch in dem Moment meine Ulti. Boah. Alter, war das Lack. Das war, das muss ich leider sagen. Das war wirklich Lack. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich grad mein Stun habe. Darauf hab ich überhaupt nicht geachtet. Na dann. Trotzdem, danke. Kannst dich geehrt fühlen, meine Freunde. Bin ich auch. Na, ich hab mich da ein bisschen verplanen. Ich wusste nicht, dass ich nur noch so wenig Leben hatte. Aber ich bin ganz schön verstanden. Ach, ich bin, ach, ich bin erfüllt. Sorgiert. Alter. Really? Was haben die denn da gemacht? Ich glaub, das ist die erste Katharina, die ich so anfangen sehe. Mit zwei Zauberstäben. Ja. Ja, das hab ich jetzt ohne. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Machst du hier 4-2. Mh. Mh. Dieser Nono, ey. Von meiner Seite aus. Den. Den. WTF. Scheiße, hab ich überhaupt keinen Bock. Ja, ich sag's doch. Die ist hier irgendwo. Mh. 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 Kein Bruder. Was war? Flasch kommt! Kaisch, kaisch, kaisch! Natürlich! Komm, die Ulti war ja noch zwei aufm äußersten Rand. Da musste ich einfach hinterher schließen. Ja, natürlich! Wenn ich Flash gehabt hätte, würde ich halt flaschen. Nur sowas haben wir ja nicht. Ja. Sonst haben wir ja nur die Pros. Boah. Abfuck. Schau ein bisschen abfuck. Gut, dass ich den Grace getötet habe, war jetzt wirklich nicht Absicht. Das war mein Dot, aber... Ja, natürlich! Passiert halt. Ich wollte jetzt auch eigentlich Dings Ulti draufmachen und so. Aber ich dachte, ach komm. Schaffst du schon mit Autohits und sowas? Naja. Aber da war nicht der OP der Autohit da, weißt du? Du kannst ja nächstes Mal auf Cardio gehen und so. Vielleicht kommt der Quatsch. Ade, Annie, ey. Das Beste ist überhaupt. Hat zwar die langsamste Angriffskönlichkeit im ganzen Spiel. Jedenfalls war das mal so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber rein theoretisch ist Annie eigentlich übelst geil. Wusstest du, also wie gesagt, wenn sie es nicht geändert haben, wusstest du, dass Annie... Selbst wenn du 6 Phantom-Tänzer holst, nicht auf 2,5 Attack-Suite kommt? Neul. Kommt sie nicht. Wusstest du wahrscheinlich nicht. So, in Season 2 war es... Also in Season 2, die haben jetzt nochmal Phantom-Tänzer. Es ist so doof, wenn du sowas sagst. Das haben wir damals in Season 2 geholt. Was lassst du denn so, meine Kleine? Ich glaube nicht. Ups. Lalalala. Komm her. Mach ulti oder sowas. Mach ulti oder sowas. Mach ulti. Ich hab nicht. Ich steck flash ein. Es war... Good Job. Weiß, ey. Oh, und du auch. La Pude! Eine Pude. Hast du auch Pudefleisch? Nom nom. Jetzt hol ich mir aber die Frau Wohls. Das ist Annie! Nee! Oh, Mann, ja. So, ich bin jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Ja? Boah. Richtig sneaky, ey. Die können sich Boots leisten hier. Ey, guck dir mal die Katharina ein. Die macht ja immer Filter. Ich weiß auch nicht, ey. Manche Leute stecken... Alter, hallo! Oh, 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 oh! Boah. Sniper. Weißt du, manche Leute stecken Marmorx, manche Blackleaf, weil sie stecken... Ey, Boots XD. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ey, guck. Was du machst? I'm out. Habe ich schon wieder gesteilt, ne? Alter, das geht's jetzt nicht. Das regt mich jetzt dann doch schon auf wieder. So aus habe ich einen Schaden bekommen. Ah, ade. Es wird Zeit vorgegeben. Hi, 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 hi! Scheiße. Boah! Da, ja, blüht mein Herz, bleib stehen, ey! Boah! Habe man gar nicht mitbekommen. Oh, nee, ey! Du bist mir ja einer. Ey, ich habe gedacht, der rennt hier mit Ulti drauf! Du 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 du! Weiße. Aber hier, mein Teddybär. Alter, guck, ich habe mir jetzt nicht alle meisten Kills im Team. War ich die Kills? Ja, ich hab die meisten Kills, war ich auf fünf. Haha, scheiße. Loool. Krass ey, und die meisten sind gestillt. Aha. Aha, jetzt wissen wir's. Jetzt weiß ich, warum unsere Nautilus damals alle ertränkt haben. Er ist der Steeler. Das ging natürlich an die Leute, die die Hintergrundgeschichte von Nautilus kennen. Ich kenn sie nicht. Naja, er wurde irgendwie von den Leuten ins Meer und umbringen, weißt du, wollten den ertränken und glaube ich irgendwie und wir sind halt auf Rache aus. So ein Böse nach Nautilus, ne? Ja. Ja, komm. Schafft man den? Ja, Jax. Oh, boah. Boah, das war ja bisschen buggy, oder? Hat das? Das war ja schon lustig. Das war ja kriminell. Das war einfach meine beste QEU, Mann. Das muss man ja wirklich sagen. Stopp. Boah. Boah. Aber ich war mir auch nicht sicher, ob ich den bekomme. Ich wusste zwar, das ist die richtige Richtung. Aber es war knapp. Da ist es doch... Ja, den einen krieg ich noch. Ist mir relativ egal. Ja, wenn ich einen bekomme, ist es mir relativ. Ja, dann ist es ausgeglichen. Gegen drei als Ende. Ja, aber was müssen wir machen? Gegen Nunu wäre ich vielleicht noch weggekommen, aber dann noch mit dir wäre ich überhaupt nicht. Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt. Ja, und jetzt kommt Jax. Ja, Jax würde noch Dings schaffen, aber. Ja. Ja, er schafft das. Ja, es ist Jax. Da sieht man wieder, das ist Jax. Da sieht man wieder, das ist Jax. Da sieht man wieder, das ist Jax. Ne, ne, Jax, lass es. Ich würde sagen. Ey, wisst ihr was krass, Jax? Wenn er mit sein E Dings auskundern könnte in Tower. Das wäre krass. Das wäre wirklich heftig. Das wäre wirklich heftig. Ging das nicht damals? Mit normalen Ausweichen? Hattest du noch Ausweichen gehabt? Das war dann so eine Chance. Ja gut, ich steht ja immer noch drauf so. Ja, fünf Prozent Chance. Tja, ne, fünf Prozent. Manchmal zu 100 Prozent. Das weiß ich noch, ey. Da hast du dir 25 Prozent Schuhe geholt oder so. Das war so oft, dass es ausgewichen hat. Das war so krank. Okay, okay. Gut, weil ich weiß nicht mehr, wie es damals war. Als es damals noch Ausweichen gab, weil ich mich noch irgendwie... Das Ding ist wussten wir nicht, Freunde. Aber dann, wo das eigentlich auch wusste, das war so schlimm. Ja, das ist ja eine der Krankheit, ob letztendlich dann auch Ausweichen rausgemacht wurde. Ich meine, damals hat auch ein Kumpel, ähm, als die Reha rauskam. Ich meine, da waren wir alle noch schlecht. Ich muss mal einfach an der Stelle sagen. Hat er, äh, dreimal Phantom Lancer geholt. Ja, da hab ich dir aufgepasst. Einfach wegen 60 Prozent. Läuft. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der Dach drin ist. Ich hab bisher jetzt wirklich nur Spaß gemacht. Ja. Das war wirklich jetzt wirklich ruhig. Es lag, ich wusste nicht, dass da drin ist. Ich hab nur gesagt, äh, dass da mehrere Leute drin sind. Ich importe gleich hier wegen Flaming. Ja. Da frage ich mich auch immer, warum spielt er denn eigentlich im Baulevelbereich, so bei Endgame und so. Ja. Letztens auch in der SV, da hat auch immer die ganze Zeit rumgeflehnt, der Elite ist Game und keine Ahnung. Wer gemein ist, das ist eine unendlich, was die da drüber gemacht hat. Neuendie gefällt mir heute. Jawohl, so muss das. Fuck. Schade. Ich finde es ja trotzdem herrlich, dass der mich gefocust hat. Machst du weg? Gut. Ja, denke ich mal. Ich hab mich so mal für dich geopfert. Nein! Ach scheiße, jetzt ist er nicht mehr hingelaufen. So, schaust du's? Boah! Good Job! Nice! Geile Scheiße, Alter! Keiler Shit, ey! Hey Keiler Shit, ey. Also damit hat sich jetzt noch gar nicht gerechnet. Ich hab gedacht, du stopst irgendwie. Schass. Scheiße. Genau, da muss ja normal sein... die Überschrift wäre sogar überechtigt, ja. Was die für Treffer jetzt schon gemacht hat, ist krass. Ja, kommt da drauf, ja. Oh, der ist so gut. Alter! Das ist ein AP nun, ne. Hab ich dir aber gesagt. Und? Na, teckst du bitte mein Blue. Ne, wollte ich eigentlich machen gerade. Aber mir liegt es gerade extrem. Danke, hör auf, hör auf! Boah. Fuck dem Meer. Oh, ich lieb diesen. Äh, ne, mit denen wünsche ich jetzt überhaupt. Ey, wie krass das gerade bei mir liegt, eh. Ja. Und GG? Ja, mal wieder seit langem wieder ein Spiel. Mal wieder Puff the Chloe und mal gleich wieder gewonnen. Richtig geil. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Die geile Nukeitschnitte mit den Twitter. Puff the Chloe, den Weg zum Wo. Tschauß!